Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ausgepackt heute mal wieder auf der PlayStation 3 allerdings mit einem Multititel und zwar, naja ihr seht es ja eh schon, Stacking von THQ bzw. Double Fine Double Fine die Entwickler und wenn ich es mal finden würde, da ist es doch mein Gott Ja, Double Fine die Entwickler, THQ der Publisher, erhältlich über das PlayStation Network oder Xbox 360 Live Arcade für 1200 Punkte im Arcade Store oder 15 Euro über PlayStation Network Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, habe auch schon die Demo einmal durchgespielt, jetzt allerdings mal mit der Vollvision Wir machen ein neues Spiel, starten Der Stil des Spieles ist einzigartig, was besseres fällt mir dazu nicht ein, allerdings einzigartig im positivsten Sinne, den es gibt Auch die Erzählweise sehr einzigartig, aber schaut selbst Papa Alle mal herkommen, Albert, Agatha, Abigail, Archibald und du auch Agnes Hey Ach, tut mir leid Charles, ich habe dich gar nicht gesehen, ich habe tolle Neuigkeiten Etwas zu essen Papa, Toilettenpapier, Bettdecken Unsere Geldprobleme sind gelöst, ich arbeite jetzt beim neuesten Unternehmen des Barons, ich muss sofort los, aber ich komme bald wieder Ist auch sehr toll, diese Information Wochen später Kinder, euer Vater ist nicht zurückgekehrt und wir haben kein Geld mehr, wir haben fast alles verkauft Ich bin wegen der Kinder hier, du hast deine Schulden nicht bezahlt, deshalb kommen sie mit Nein, du darfst meine Kinder nicht holen Keine Sorge Mama, wir arbeiten unsere Schulden ab und kommen bald wieder Du kannst bleiben, wir brauchen Leute, die hart arbeiten können, keine Zwerge Einen Monat später Mama, wir wurden ausgetrickstet, die Männer des Barons haben mich und andere Kinder im königlichen Bahnhof festgesetzt Albert Mama, ich werde Albert suchen Aber Charlie, was hast du vor? Die Männer des Barons sind gefährlich Denkt dran, dass wir die Blackmore sind, Mama, wir kriegen alles hin So, ich lasse das jetzt mal mit einer Zähne, ich glaube, das geht euch sonst ein wenig auf den Nerv Am nächsten Bahnhof Am nächsten Bahnhof Am nächsten Bahnhof Ja, ihr seht schon, das Intro zieht sich ein wenig, aber das Ganze soll eigentlich nur die Atmosphäre des Spiels schon mal übertragen auf den Spieler. Und das klappt auch ganz gut. Ich weiß, der eine oder andere wird rummöbeln. Oh, das ist so ein langes Intro für ein Decade Spiel, bla bla bla. Finde ich nicht, weil es ganz gut die Stimmung trägt. So, wir sind in game. Ja, wir sind diese kleine Figur hier unten. Das habt ihr bestimmt schon bemerkt. Mit den linken Sticken können wir uns bewegen. Übrigens, bevor ihr natürlich wieder modzt, das machen die Leute auf YouTube ja immer ganz gerne, dass das irgendwie ein wenig ruckelig aussieht. Es ruckelt nicht. Das ist so ein bisschen der Stil. Das lässt sich jetzt höchstwahrscheinlich auf YouTube nicht ganz wieder zeigen, weil YouTube nur auf 25 Frames pro Sekunde die Videos zeigt. Und wir hier nun mal mit 50 Frames das Ganze aufnehmen. Also keine Sorge, es ruckelt nicht. Das ist so ein bisschen der Stil und es ist sehr, sehr cool und gelungen. So, hey Charlie, komm her. Ja, mit dem Vierecksknopf können wir reden. Hab keine Angst, mit Leuten zu sprechen. Das ist der beste Weg, Hilfe zu bekommen. Dankeschön. Nochmal zum Erneu-Drehen. Viel Glück bei der Suche nach deinen Brüdern, Charlie. So. Jetzt gehen wir hier runter. Muss ich sagen, ich habe die Demo also schon gespielt. Das heißt, ich kann euch so ein wenig schön viel zeigen. Es ist also kein richtiges ausgepackt. Eher so eine kleine Preview. Aber eigentlich ist ausgepackt ja immer eine Preview. Naja, wie auch immer. Was ausgepackt nicht ist, meine lieben Leute, und das wisst ihr hoffentlich, es ist kein Review. Das Ziel des Spieles, das glaube ich, habt ihr auch schon verstanden, ist halt, dass ich meine Brüder rette. Und ich bin halt diese ganz, ganz, ganz kleine, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißen, diese Figuren. Diese Steckfiguren, ich weiß gar nicht, heißen sie wirklich Steckfiguren? Ich kenne sie nur als diese russischen, ja, ich weiß aber nicht, ob sie Steckfiguren heißen. Das werde ich gleich mal, wenn ich hier mit dem Video fertig bin, googeln. Aber ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ja. Ja, jetzt haben wir auch quasi unseren ersten Auftrag erhalten, denn wir müssen den Streik brechen, damit wir weiterkommen. Und wie das geht, das werdet ihr gleich sehen. Ja, wir sind sehr, sehr klein. Also, genau, hier haben wir die erste Mission. Beende den Eisenbahnstreik. Sorge dafür, dass alle drei Mitglieder der Eisenbahngesellschaft die Lounge verlassen und bringen sie zum Hauptbahnsteige, damit sie mit den Streikenden reden. Okay. Also, mal hier hoch und schwupp, sind wir im Bahnhof. Fliegen wir einmal mit einer wunderschönen Kamerafahrt durch das Vorgebäude. Mir gefällt das Design unfassbar gut. Der ganze Stil, die ganze Atmosphäre kommt 1a rüber. Ich bin sehr, sehr, sehr angetan. Auch schon vorher gewesen, aber als ich es dann spielen durfte, hat sich das alles ein wenig bestätigt. So, und jetzt sehen wir ein Hauptfeature vom Stacking. In Figuren steigen. Wenn du dich der Rückseite einer anderen Figur näherst, die genau eine Nummer größer ist als du, kannst du mit Dreieck drücken, äh, kannst du Dreieck drücken, so rum, um in diese Figur zu steigen und sie dann zu steuern. Eine Figur, in die du steigst, leuchtet blau. In die du steigen kannst. So, jetzt sehen wir hier, der hier ist so blau, umleuchtet. Ich drücke Dreieck und schwupp, jetzt bin ich halt diese Figur. So, und jetzt sehen wir, die nächstgrößere Figur ist ja zum Beispiel diese Dame. Drücken wir wieder das Dreieck und bam. Und hier haben wir die größte mögliche Figur. Bam. Alle Figuren besitzen besondere Fähigkeiten, die benutzt werden können, um Räte zu lösen oder einfach Spaß zu haben. Drücke X, um sie zu benutzen. Hier zum Beispiel. Ab, 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 was war das? Ich habe es gar nicht gelesen. Verscheuchen. Platz machen. Ah, gut, okay. Also, wenn ich zu den Figuren gehe jetzt und zum Beispiel X drücke, dann gehen sie alle weg. Und machen Platz. So, das müssen wir natürlich. Wir können jederzeit auch wieder aus der Figur aussteigen, indem wir Kreis drücken. Zack, zack. Hier die ja Spezialfähigkeit hat sie Tee trinken. Also eher nutzlos. Oben links sehen wir die Größe. Jetzt haben wir zum Beispiel Stufe 2 und... Stopp, äh, Stufe 3. So, jetzt gehen wir hier hinten mal zum Schlüsselmeister. Hey du, ich brauche hier etwas Hilfe. Na gut. Der Schlüsselmeister muss mir dieses Tor aufschließen. Okay, das ist natürlich kein Problem. Dann gehen wir nämlich hier erstmal wieder raus aus dieser Figur. Suchen die einen Schlüsselmeister. Der ist natürlich leicht zu finden. Na klar, wir sind auch noch am Anfang des Spieles. Gehen von hinten ran. Steigen ein. Ah. Einmalige Figuren sind besonders und werden oft benötigt, um Rätsel zu lösen. Sie sind leicht an einem Schimmereffekt zu erkennen. Sammelst du sie ein, bekommst du Belohnungen. Dazu später ein wenig mehr. Ja, der hier hat die Fähigkeit aufschließen. Also, gehen wir mal zum Schloss. Denn... Und... Zack. Aufgeschlossen. Wunderbar. Und weiter geht's. Navigationsspur. Ja, jederzeit können wir R1 drücken, wenn wir irgendwie so... Äh, wenn wir nicht mehr wissen, wo es lang geht. Dann kriegen wir hier diese Navigationsspur. Die kennt man ja auch schon aus vielen anderen Spielen. Ist immer wieder nett, um den Spieler ein wenig in der Bahn zu halten. Holen wir uns mal die Dame. Die hat Adlerauge als Fähigkeit. Das ist relativ nützlich. In das Archiv müssen wir jetzt nicht. Das funktioniert gar nicht. Und jetzt zeigt sie uns alle Figuren an, die besonders sind. Die wir sammeln können. Und was das bringt, erzähle ich euch nachher. So. Mach mal hier lang. Da, 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 da. So, da vorne ist die Lounge, wo wir rein müssen. Beziehungsweise, wo wir, äh, die Leute vertreiben müssen. Hey du, komm her und sprich mit mir. War das du? Sie ist neuer. Also möchte ich, dass du verstehst, wie wichtig das Reden ist. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Genau. Die königliche Lounge. Nicht gelandene Gäste dürfen die Lounge nicht betreten. Ja. Und da drin sind die Zielpersonen. Das sind die, die da auch so schön schimmern. Die da rechts am Tisch stehen. Und jetzt habe ich eine Herausforderung. Ich muss diese nämlich da rauskriegen. Es gibt drei Lösungswege. Das hat mir das Spiel oben auch gerade angezeigt. Ich kann jederzeit L1 drücken. Und hier könnte ich mir Tipps holen. Will ich aber nicht, weil ich weiß, wie das hier geht. Ähm, mehr Infos. Hier sehen wir jetzt drei Möglichkeiten. Und das Spiel sagt uns aber nicht, welche. Wenn wir allerdings nicht weiterkommen, können wir hier mit dem Viereck uns Tipps holen. Das tun wir allerdings jetzt nicht, weil ich weiß, wie es geht. Das habe ich schon rausgefunden. So. Ich zeige euch jetzt einfach mal alle drei Lösungswege des ersten Rätsels. Ohne die Tipps. Weil, wie gesagt, die brauchen wir nicht. Die Tipps sind am Anfang, ähm, am Anfang sind sie natürlich nicht sonderlich direkt, sondern erwarten ein wenig, dass ihr um die Ecke denkt. Aber der letzte Tipp ist immer sehr, sehr direkt und sollte euch immer zum Ziel führen können. Zumindest am Anfang. So. Also, wir kommen da nicht rein. Also, machen wir mal Lösungsweg 1. Der ist auch eigentlich der simpelste. Wir müssen in die kleinste, nein, nicht in die kleinste, in die zweikleinste Figur. Nehmen wir hier nämlich den, hopp, den Mechaniker. Der Mechaniker geht hier hin. Hat nämlich als Fähigkeit warten. Ergo machen wir die Ventilator kaputt und können jetzt hier durch. Und schon sind wir in der Lounge. Ganz, ganz simpel. Dann werden wir jetzt zu den Typen hier gehen. Bitte zeig sofort deine Einladung. Jetzt drücken wir Reden. Ein ungelahner Gast, die Stimmung ist dahin. Sofort alle raus. Ja, jetzt, äh, nicht sonderlich logisch, aber soll's auch nicht sein. Und damit haben wir das erste Rätsel schon gelöst. Anscheinend darf hier wohl jedes Gesindel rein. Lasst uns diesen Ort verlassen. Und schon hauen unsere drei Zielpersonen ab. So. Das ist Ziel Nummer 1. Und ich zeige euch allerdings auch gleich Ziel Nummer 2. Bevor ich hier, äh, meine Mission zu Ende bringe. Die ist nämlich ein wenig... Na, eigentlich nicht. Die kriegt man ganz gut hin, wenn man mal zuhört, was der Typ da hinten immer sagt. Denn der sagt, wenn man hingeht, ähm, ich darf mich nicht immer von schönen Weibern ablenken lassen. Und so weiter und so weiter. Also, holen wir uns ein schönes Mädel. Und da hinten ist eins. Hier, das ist sie. Die so schön den Popo rausschwenkt. Sieht man hier auch ganz gut. Dam, 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 dam. Das machen wir mit der Verführenfähigkeit. Drücken halt X und dann schüttelt sie so den Popo. So, jetzt bleiben wir so stehen. Steigen hier aus. Holen uns ihn. Und bam, haben wir wieder Zugriff. So. Um in die Lounge zu kommen. Selbe Prinzip wie gerade eben. Wir warten durch. Zum Kellner. Hallo, mein Kerl. Raus, bewache diesen Saal. Sonst bekommen noch unerwünschte Gäste rein. Mein Gott, alle raus. So. So. Das war Lösungsstufe 2. Beziehungsweise Lösungsweg 2. Jetzt gibt es noch den dritten. Der ist auch nicht ganz so simpel am Anfang zu erkennen, wenn man keine Tipps hat. Und der ist nämlich nicht so offensichtlich. Auch nicht, wenn man die Leute anspricht. Jetzt brauche ich aber erstmal... Zack. Zack. So, jetzt muss ich hier mal gucken, wo er ist. Zuerst. Platz machen. Nein. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, er war hier unten. Da haben wir ihn doch. Genau. Diese Person, da ist nämlich der Koch, der Kamplen. Das ist der Koch, habe ich gerade gar nicht gelesen.